... ist hinter Bubbertal. Eins, zwei, vier, fünf, drei! Wir sind in ganz großen Schritten und Peter, Vater, Heidi von hinten an die... ...Sonder! Das trifft die Stimmung. Ja, hier kommt Freude auf. So, jetzt müssen wir hier eine Polonaise üben. Jetzt warte ich, warte ich, warte ich. Komm! Ja, hier, 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 hier. Vielen Dank. Vielen Dank.